Ja, wir sind hier wieder von TiffinTV auf der Lebensfreudemesse und ich bin hier heute an einen Stand. Hier geht es um Yoga und mich würde jetzt mal interessieren, was das genau ist. Und ihr stellt euch bitte am besten einmal erst vor. Ja, mein Name ist Peter Jakob. Ich bin vom Sahaja-Yoga-Stand Meditationscoach und Yogalehrer und mein Kollege Norbert Wanger, er ist Heilpraktiker und beschäftigt sich auch mit den gesundheitlichen Aspekten von Meditation. Ja, und was wir hier vorstellen möchten in der Öffentlichkeit ist Sahaja-Yoga und das ist ein ganz meditativer Weg beim Yoga. Da geht es um die Erweckung der Kundalini-Energie, die in uns aufsteigen kann und im Kopf so eine mentale Stille erzeugt. Das ist ein Zustand, wo die Gedanken weniger werden, beziehungsweise man, wenn man das regelmäßig praktiziert, regelrechtes gedankenfreies Bewusstsein erfahren kann. Und diese Gedankenstille hat eine sehr heilsame Wirkung auf den Zustand unseres Energiesystems. Das heißt, diese Energiezentren, diese Chakren, die da in uns sind, können durch die mentale Stille und durch diese Kundalini-Energie gereinigt und balanciert werden. Jetzt sehe ich das mit den Händen, da sind Zahlen dran und hier drüben auch nochmal. Kannst du da nochmal was sagen? Ja, das stellt das sogenannte vibratorische Bewusstsein dar. Man kann nämlich bei sich selber auch diagnostizieren, wo Blockaden im Energiesystem sind. Insofern, dass wenn diese Kundalini-Energie aufsteigt, ganz bestimmte Finger was anzeigen. Hier gibt es ein taubes Gefühl oder manchmal sogar ein Krippeln auf den Fingern. Und durch diese Zuordnung, ihr seht das mit den Farben und mit den Ziffern, kann man bei sich selber diagnostizieren, wo ich meine persönlichen Blockaden habe. Und durch die Methode von Saad Yoga kann ich dann ganz gezielte Behandlungsmethoden anwenden, wodurch ich diese Blockaden in mir lösen und lockern kann. Also ich möchte noch auf die Bedeutsamkeit dieser Kundalini eingehen. Es wird ja sehr viel geschrieben über diese Kundalini. Es gibt viele Bücher und viel Wissen darum. Und das ist aber alles natürlich sehr theoretisch. Und unserer Theorie nach, von Saad Yoga, ist diese Kundalini nichts anderes wie eine Widerspiegelung dieser kosmischen, großen, intelligenten Kraft der Evolution. Und demnach kann ich natürlich, wenn diese Kundalini eine Widerspiegelung ist, diese Kraft nicht dominieren. Ich kann sie nicht manipulieren, ich kann nicht dafür bezahlen. Und das ist der große Unterschied. Diese Kundalini möchte nämlich eines, sie möchte uns zeigen, dass in uns etwas anderes ist wie die normale Identifikation zu unserem Ego oder zu unseren Konditionierungen, sondern dass in uns das ist, was man das Atma nennt. Und das ist der Spirit. Und das ist das Grenzenlose. Das Göttliche, könnte man sagen, eine Essenz, die in jedem Menschen vorhanden ist. Und das ist eigentlich das Ziel des Yoga. Und das möchte eigentlich die Kundalini machen. Und auf diesem Weg wird sie auch diese verschiedenen Chakren, wo er jetzt bereits erklärt hat, uns zeigen, wo unsere Hemmnisse sind, wo unsere Imbalancen sind. Und das kann ich dann körperlich spüren. Und das ist die wahre Bedeutung der Kundalini. Jetzt würde mich ja interessieren, ihr bietet das ja irgendwie an. Wie kann man da jetzt, wie kann man das bei euch irgendwie lernen oder wie geht das? Das ist jetzt so, dass es ein erstmaliges Ereignis ist, wo ein erstmaliges Ereignis gibt, wo diese Kundalini erstmalig aufsteigt. Und nachdem ich es erklärt habe, dass das eine so hohe Kraft ist, kann das nicht willentlich geschehen, wie unser normaler westlicher Weg immer alles zeigt, alles zu machen, alles zu ergreifen, in den Griff zu bekommen. Sondern das ist etwas, wo ich meine Demut das erste Mal entdecken muss, wo ich es wünschen muss, dass das in mir passiert. Das ist das Entscheidende. Und dann, wenn ich das wünsche, dann gibt es ein paar Fragen, wo ich mich selbst bestätige. Und dann kann das, das kann man nicht garantieren, aber dann kann das passieren, dass diese Kundalini sich erhebt. Und das ist dann auch ein Vorgang, der spürbar ist. Zum Beispiel eben an einer Kühle am Kopf, an einer Gedankenfreiheit, wie er bereits erklärt hat. Was mich ja jetzt persönlich interessiert, das heißt, wenn ich jetzt das lernen will, wo kann ich da bei euch hingehen und wann geht das los oder geht das gleich, dass das bei mir passiert oder wie lange braucht der Prozess? Das ist sehr unterschiedlich, je nach, könnte man sagen, nach dem Individuum, das jetzt vor diesem Problem steht. Weil wir nämlich alle in dieser Evolution schon seit Menschen, Altern oder viele, viele Leben haben wir eine bestimmte Vorgeschichte. Und dort gibt es natürlich unterschiedliche Problematiken, weil wir nämlich nicht wenn wir sterben immer wieder bei Null anfangen, sondern es geht weiter. Im nächsten Leben geht die Evolution wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Das heißt, jeder hat seine Spezifika und hat seine spezifischen Schwierigkeiten. Aber das macht dann alles die Kundalini, dass sie das uns zeigt, wo es dann eben hakt oder wo man dann daran arbeiten sollte. Vielleicht nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt in ganz Deutschland Sahaja Yoga Zentren, wo Meditationskurse und Seminare stattfinden. Vielleicht mal kurz die Internetseite einblenden, sahaja-yoga.de. Und dort kann man auch diese Methode von Sahaja Yoga Meditation erlernen. Und das Ziel ist, dass man das dann auch alleine zu Hause praktiziert und anwendet. Also man wird aber in dem Zentrum dann praktisch professionell begleiten? Ja, natürlich. In allen Zentren gibt es erfahrene Sahaja Yogis, die die Anleitung bieten, um diese Meditation zu praktizieren. Übrigens, alle Yoga-Lehrer und Meditationscoaches machen das ehrenamtlich. Also bei uns steht das kommerzielle Interesse nicht im Vordergrund. Und die meisten Kurse sind eigentlich bei freiem Eintritt, höchstens freiwilliges Spenden für die Raummiete. Aber die Yoga-Lehrer selber machen das ehrenamtlich. Ja, das hört sich ja ganz gut an. Ja. Das ist etwas sehr Wichtiges. Dieses Kostenlose. Sehr, sehr wichtig. Das könnte man als Qualitätskriterium sogar herannehmen. Weil, wie wollen Sie denn zum Beispiel bezahlen, wenn der Samen, den Sie in die Erde stecken und dann soll eine Pflanze praktisch wachsen. Und das ist ein ähnliches biologisches Wachstum mit dieser Kundalini. Wie wollen Sie dafür bezahlen? Das ist unmöglich. Und das ist auch hier nicht möglich. Denn so ist der Mensch geboren von Anfang an. Es gibt also nichts Neues eigentlich. Yoga ist eigentlich eine sehr, sehr traditionelle und eingeführte Sache früher gewesen, nämlich für die spirituelle Entwicklung. Aber der Westen hat ein Geschäft draus gemacht, wo man für alles bezahlen muss. Wenn Sie hier gerade im Hintergrund hier noch so eine Spirale, was ist das? Ist das das, was du jetzt gesagt hättest? Das ist also eine Vermutung. Und man vermutet, dass diese DNS, das ist die DNS-Spirale, die abgelesen wird und dann die Proteine dann auch produziert werden, dass das mit der Kundalini zusammenhängt. Weil auch die Kundalini ist eine spiralige Energie. Und das ist also hier einfach nur eigentlich mehr eine Verschönerung. Aber es bringt auch zum Ausdruck, dass die Kundalini in uns nicht linear aufsteigt, so ganz geradelinig, sondern in Form einer Doppelhelix. Das schraubt sich sozusagen nach oben. Und so wie es in allen Vorgängen, in allen Prozessen in der Natur ja kaum lineare Prozesse gibt, ist es bei der Kundalini-Energie ebenfalls. Gut, das hört sich ja ganz interessant an. Was ist diese Frau, was hat die für eine Bedeutung auf sich, die diesen Punkt auch verstehen hat? Ja, das ist die Begründerin von Sahaja Yoga. Und das ist natürlich eine nicht ganz einfache Frage, weil es natürlich sehr viel Missbrauch immer gab. Man könnte sagen, dass das der Guru ist von Sahaja Yoga. Und das möchte ich betonen, ein sogenannter Satguru. Und Sat bedeutet Wahrheit. Und das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Was ist die Wahrheit? Und tatsächlich ist es so, dass Sie über dieses Instrument, das sich entwickelt selbst, eine Instrumentarium erhalten, eine Fühligkeit für Wahrheit. Und Wahrheit ist all das, was uns erhebt. Und Falschheit ist all das, was uns herunterzieht. Und Simadachi, das kann man dann auch spüren, hat auch immer von sich gesagt, ihr könnt mich nicht im Außen erfahren, ihr könnt mich nur in eurem Inneren erfahren. Dort könnt ihr sehen, wer ich wirklich bin. Und sie hat also weltweit gereist. In 100 Ländern gibt es also Sahaja Yoga. Ihr Mann war also ein hoher Diplomat in der UNO. Und über diesen Status, diesen politischen Status, konnte sie frei reisen. Und sie hat eigentlich nie Geld genommen, kann man sagen. Und das ist also ein wichtiges Kriterium. Ja, das hört sich alles interessant an. Ja, dann bedanke mich einmal recht herzlich für das Gespräch. Und dann hatte ich noch eine Abschlussfrage. Hast du noch eine wichtige Botschaft an unsere Zuschauer, die für dich brennt? Ja, ich würde vorschlagen, einfach diese Erfahrung der Kundalini zu machen, sich das wünschen und sich selber die Chance geben, diese Kundalini zu spüren. Und es können sich dadurch sehr, sehr große Potenziale in uns auftun. Und das Ziel, das eigentliche Ziel von Sahaja Yoga ist nicht nur Entspannung zu erfahren, diese innere Balance zu etablieren, sondern ist die Selbstverwirklichung. Und das Selbst in uns ist die Quelle der Freude und bedingungslosen Liebe. Und die Kundalini kann all diese Potenziale, all diese Qualitäten in uns zur Entfaltung bringen. Und man hätte vielleicht vorher nicht geahnt, was alles möglich ist, aber es ist wirklich möglich, diese Selbstverwirklichung in diesem Leben zu erlangen. Und da möchte ich einfach alle einladen, das zu spüren und diesen Weg dorthin, den Weg zur Selbstverwirklichung zu gehen. Gut, Dankeschön. Das war der FIN TV von der Lebensfreude Messe aus München. , Dankeschön.